Herzlich Willkommen zu einer neuen Lektion und ich habe vor euch am TG ich spreche mir heute ich werde Variablen tippen, tippen die Bars wir hören ein bisschen kurz von Int und Doubles geschmarrt wir sehen das hier ein bisschen mehr weil da fängt man direkt an, ich nehme das von Int geschmarrt, aber da schreien ich mir die auch hier hinten ich meine ein Klangtabell Int aus den bekanntesten und den Doppel für Komma 2 d'accord, wir wollen aber einer tippen das sind nummerisch tippen, d'accord, wohl verstehen du musst nur mehr zu rechnen, natürlich wir wollen aber einer, den Int aus ungefähr plus minus 2 Mrd ja, das ist von minus 2 Mrd bis ungefähr plus 2 Mrd für die, die mehr will wissen, am Detail steht genau, wo es geht das wichtigste, das ist ein Limit hier ich kann nicht den Granz zu tun, so groß wie ich will d'accord, es können aber einer tippen, die wir heute zwar nicht oft gebrauchen mit Gedenken, die ein bisschen größer ist, das ist der Lunge das ist ein ganz 12 und der ist zweimal so groß wie den Int ich kann auch noch eins tun, weil die wirklich ein bisschen größer sind aber die ist auch limitiert ja und dann haben wir zwei Anna-Typen der Short und der Byte die sind ein bisschen mit klein wie den Int die sind zwar an der Programmation wie mir, sind wir nicht oft neidisch die sind aber dumm, die strengst du sind ein Beispiel den Double hast dann ein Kommazwill und du gehst aber ein Anna-Kommazwill, die ein bisschen mit klein aus, das ist der Float du gehst den Ninnertschät, weil er in der Praxis ganz oft den Float gebracht wird, das ist enorm für den Float den Double auch, mit dem Double hast du viel mehr groß für alles Beispiel, da geht den Double tipptopp, da haben wir keine Gedanken mehr voilà das sind Typen der t ist, der das hauptsächlich für Variablen zu definieren ja man hat ja gesagt, ein Variablen ist ein Köcht da muss man noch aufpassen mit der Idee von der Köcht, weil t läuft halt die Byte ist ein Kleinköcht, Double ist ein Großköcht t ist, wir haben hier das wollen wir auch groß kriegen gemächlich geht wir zu suchen das Programm erlaubt uns für in der Richtung die Variablen umzuwandern da kommt ups das kann von der Byte, Short, ein Int, Long, an der Richtung kann mit 12 Europos gehen das kann nicht mehr Short aus der 4int in Int, aus der 4,0 in der Welt ja, passt dran passt dran das die Küste, 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 Küste aufgepasst dann ist das wichtig umgedreht statt falsch an der Richtung geht das nicht. Da habe ich erst gedreht, ich habe kein großkönig, sondern ein kleinkönig. Auch von zwölklängern. Das ist auch von einem int. 5.3. Ich kann den nicht als byte hinkriegen. Ich weiß, dass 5.3 aus dem Compiler nicht. Ja, ich kann dann eine Fehlermeldung, also possible loss of position oder so. So, das sind die Basis-Tippen für zerrechnen, die wir gebrauchen. Wir kommen noch einmal zurück, die richtigen Geschichten. Wir haben aber noch zwei andere Typen, die wir oft gebrauchen. Den einen aus dem Boolean, so geschrieben, irgendwie auch gesagt, der bestand ist Boolean, und dann haben wir zwei Werte. D'accord? Der erste Wert aus dem true, klein geschrieben, und dem false. D'accord? Das nochmal für zu sehen, ob das Resultat war, ob das Resultat falsch war. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir ein bisschen mehr spät. Das ist logisch zu sagen. Auf dem 11. haben wir das nicht unbedingt viel, aber das können die Variablen vom Typ Boolean definieren. Nächstes Jahr sehen wir das viel mehr oft bei verschiedenen Methoden. Ja. Das geht darüber. Es gibt aber einen anderen Typ, das gibt ein Basis-Typ, aber das ist der String. Wir haben schon davon gesperrt. Ja, und schon benutzt. Und schon benutzt. Wie wir geprinten, das ist der String. Dann haben wir ja, das ist ein grosses S. Das ist ein Klassnummer. Das ist ein Objekt, eine Variabel vom Typ String. Hier steht das als ein Objekt, oder besser gesagt Klassen, als Typen definieren. Ja, das kann ganz zum Schluss von der Kurhe. Ganz genau, das kann ganz zum Schluss von der Kurhe. Der Dienst wird mir frei gebrauchen, als das Trink. Mir behandeln den lohnt es extra, wenn den als normaler Typ behandelt, haben wir kein Problem. Ja, aber erlaubt es da auch komfortabel zu nutzen. Einfach komfortabel zu nutzen, sprach nicht mehr. Sagen Sie mal. Voilà. Das ist die Basis von den Typen. Wir brauchen wir heute nicht zu suchen. Ja, das steht dann cool. Das steht dann cool. Hallo, Gima. Für die zweite Lektion fangen wir dann mit den Mathematik-Operationen. Ja, das kann ich mit den Variablen machen. Voilà. Merci für die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.